In einem Treffen mit einigen der größten amerikanischen Wahlkampffinanciers in einem Luxushotel in New York erklärte Donald Trump, dass er Moskau und Peking bombardiert hätte, wenn Russland die Ukraine oder China Taiwan besetzt hätte. Diese Äußerungen haben laut der Washington Post seine Gesprächspartner schockiert und erstaunt. Diese überraschenden Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Trump die Ukraine selten erwähnt hat, und er hat nie zuvor so scharfe Töne angeschlagen. Erst im vergangenen Jahr erklärte er, dass er den Krieg innerhalb eines Tages beendet hätte, wenn er im Weißen Haus gewesen wäre. Im Februar schrieb er auf Truth Social, wir sollten nie wieder Geld geben, ohne Hoffnung, es zurückzubekommen oder ohne Bedingungen. Im April sagte er, wie alle einverstanden sind, sollte das Überleben und die Stärke der Ukraine für Europa viel wichtiger sein als für uns, Anfang dieses Jahres sagte Trump, er habe europäischen Führern gesagt, dass er Russland erlauben würde, zu tun, was es wollte, gegenüber Ländern, die nicht genug für ihre Verteidigung ausgeben. Bei einer Kundgebung in der Bronx letzte Woche bezog sich Trump auf mehrere autoritäre Führer, darunter den russischen Präsidenten Wladimir Putin, und sagte, dass sie an der Spitze ihres Spiels, sein. Die Welt wird uns wieder respektieren, sagte er. Besonders bemerkenswert war Trumps aggressive Äußerung gegenüber Chinas Xi Jinping. In der Vergangenheit hatte Trump den chinesischen Präsidenten während seiner Amtszeit als großen Freund beschrieben, eine Tonänderung, die viele Analysten überrascht hat.